Richard Lugner Beisetzung nicht alle Ex-Frauen erwünscht Der österreichische Baumeister und Unternehmer Richard Lugner ist im Alter von 91 Jahren verstorben. Lugner war bekannt für seine Ehen mit prominenten Frauen, darunter Christina Lugner, Kathy Lugner und Mausi Lugner. Bei seiner Beerdigung sind jedoch nicht alle Ex-Frauen eingeladen. Lugners Familie und enge Freunde haben entschieden, nur bestimmte Ex-Frauen zur Beerdigung einzuladen, um eine angemessene und respektvolle Atmosphäre zu gewährleisten. Es ist nicht ungewöhnlich, dass bei Beerdigungen von prominenten Persönlichkeiten bestimmte Gäste ausgewählt werden, um etwaige Spannungen oder Konflikte zu vermeiden. In diesem Fall haben Lugners Familie und enge Freunde entschieden, welche Ex-Frauen zur Beerdigung eingeladen werden sollen. Trotzdem wird Richard Lugner von vielen Menschen als eine einflussreiche Persönlichkeit in der österreichischen Gesellschaft und als erfolgreicher Unternehmer und Bauherr in Erinnerung bleiben. Sein Vermächtnis wird weiterleben, auch wenn nicht alle Ex-Frauen an seiner Beerdigung teilnehmen werden. Ich habe in den Fall haben sie mit dem Hassel-Frauen mit ihrer Beerdigung eingeben. Vielen Dank. 2. Untertitelung des ZDF, 2020